So Freisag, Birky Time. Wieder eine schöne Variation. Wie immer, ihr teilt euch ein bisschen ein über die Runden. Die Birkys selber, die Anzahl, limitieren sich gleich einfach durch die Übung, wie ihr das macht. Ansonsten guckt ihr, wenn ihr die Einsteigerstelle auch 10 Runden kommt, die Post wahrscheinlich 20-30. Also Standard-Birky, ihr geht runter, Hände Fuß nahe aufsetzen, abwocken, zogen jetzt dann zu die Post, runter und ihr halten 5 Sekunden. 21, 22, 23, 24, 25. Und wieder hoch. Und wieder runter. 21, 22, 23, also bis auf 5 Sekunden her. Und hoch. So lange, bis ihr es nicht mehr halten könnt, dann ist quasi der Ersatz beendet. Und dann macht ihr eine Minute Pause und beginnt den nächsten. Das meine ich, das reglementiert sich von allein. Für die Einsteiger zieht das dann halt so aus, ihr geht da hinten auf die Knie und haltet hier 5 Sekunden an. Ja, dann kommt ein Detenier wieder hoch oder richtig. Hand hoch und die gleiche Nummer. Okay? Viel Spaß, schönes Wochenende, Sportfrei. Amen. Amen.